Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Die Patch-Notizen für das November 2024 Update sind da, welche wir uns natürlich gemeinsam anschauen werden. Das Update geht live nächste Woche, Montag am 18. November zu gewöhnlichen Zeiten. Hier nochmal die Größe der Updates, je nach Plattform natürlich unterschiedlich. Und auch dieses Mal versteckt sich hier ein Code in den Patch-Notizen. Solltet ihr natürlich direkt mal einlösen. Gibt natürlich wie gewohnt ein paar Tarnungen zum Beispiel. Und auch dieses Mal wird es selbstverständlich einen Feldzug geben. Und zwar der Feldzug Leiser Orca. Und dort gibt es die K. Schönberg als Hop-Belohnung. Dieses Schiff haben wir ja schon als Testschiff gesehen. Dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich würde das Schiff aber wahrscheinlich für die Schiffsvorstellung diesmal ein bisschen klassischer spielen, wie man die meisten Deutschen spielt, um das starke Sonar optimal zu nutzen. Ich weiß natürlich nicht, ob das Schiff unverändert ins Spiel kommt. Aber ich denke auf jeden Fall, dass das Schiff sehr gut sein wird. Speziell auch für gewertete Gefechte. Sehr interessant. Und natürlich vielleicht auch für andere Spielmodi wie Flottengefechte. Also auf jeden Fall ein Schiff, was man sich abholen sollte. Speziell natürlich als Zerstörer-Spieler. Aber es wird nicht nur dieses Schiff geben, sondern auch ein paar weitere Belohnungen. Hier steht nochmal dran, dass der Feldzug vier Wochen lang läuft. Also ein bisschen kürzer als sonst. Also nicht fünf Wochen das Update, sondern nur vier Wochen bis zum 16. Dezember. Hier nochmal die Grafik, was man alles Schönes bekommen kann. Und selbst wenn man das Schiff vielleicht nicht bekommt, weil man sich nicht die Admiralitätsunterstützung kauft, gibt es dort auf jeden Fall einige nette Sachen, die man komplett Free-to-Play bekommen kann. Unter anderem auch eine Black-Friday-Kiste, wo man sicherlich gute Chancen hat, vielleicht sogar ein Premium-Schiff rauszuziehen. Im Gesamtwert von 13.760 Dublonen. Und für 2.500 Dublonen wie gewohnt gibt es natürlich die Admiralitätsunterstützung. Das lohnt sich natürlich immer. Preis-Leistung, ein super Angebot, immer der Feldzug, sofern man es schafft, diesen durchzuspielen. Für 60.000 Dublonen Gesamtwert kann man hier Sachen abstauben. Und wie jedes Mal zum Black-Friday wird es auch in diesem Jahr einen Schwung neuer Black-Schiffe geben. Beziehungsweise neu sind sie ja nicht ganz. Das sind halt einfach die Black-Versionen von bereits vorhandenen Premium-Schiffen. Und zwar bekommen wir dort als erstes einmal die Alaska. Die Alaska wird ausschließlich in Containern zu ziehen sein. Dann haben wir die Iwami. Dennoch die Jota Bagration. Und die Black. Diese drei Schiffe kann man sowohl in Containern als auch so im Shop kaufen. Und Black ist natürlich einfach ein sehr, sehr cooles Highlight, weil es die Black-Black ist quasi. Ihr versteht schon, das ist natürlich ein nettes Ding. Und es war schon klar, dass die Black irgendwann als Black-Schiff natürlich kommen wird. Dieses Jahr ist es soweit. Außerdem wird es noch ein weiteres Black-Schiff geben. Und zwar die Pommern Black. Diese wird über die Werkbank verfügbar sein. Da werden wir natürlich noch sehen, wie teuer das Ganze wird. Aber das sind auf jeden Fall die fünf Black-Schiffe, die dieses Jahr neu sein werden. Und an Black-Kisten kommt ihr natürlich, wie wir schon gesehen haben, zum Beispiel über den Feldzug. Dann wird es hier wohl noch einen Thanksgiving-Auftrag geben. Sowohl einen geheimen Code, wo es wohl eine Kiste gibt. Also die eine oder andere Möglichkeit wird es auf jeden Fall geben, dort auch kostenlose Black-Kisten zu bekommen. Aber wenn man natürlich dort realistische Chancen auf Schiffe haben möchte, dann müsste man dort halt schon die ein oder andere Kiste öffnen. Beziehungsweise die Sachen direkt im Shop kaufen. Und wie bereits erwähnt, die Werkbank wird wieder zurück sein mit der Haupt-Belohnung der Pommern B. Und es gibt natürlich auch wieder diese Zwischenstufen, wo man ein paar andere Belohnungen sich abgreifen kann. Hier nochmal das alte italienische Premium-Schiff. Das Black-Schiff auf Stufe 3. Falls man das schon hat, wird man wahrscheinlich Kreditpunkte bekommen. Das ist natürlich eine coole Sache. Kommt aber natürlich sehr darauf an, wie teuer das Ganze wird und wie viele Ressourcen man hat. Für den einen oder anderen könnte sich das lohnen. Vielleicht kann man dort alles mit Kreditpunkten, also komplett gratis zum Beispiel bekommen. Für den einen oder anderen, der vielleicht auch nicht so lange spielt, ist es wahrscheinlich nicht so ratsam. Ja und wie bereits erwähnt, wird es hier eine Auftragskette geben zum Thanksgiving. Wo man natürlich auch eine Black-Kiste und noch ein paar andere Sachen wie Flaggen, Symbole bekommen kann. Und es gibt auch einen 20% Rabatt auf Forschungsschiffe. Das ist natürlich ganz nett für US-Forschungsschiffe auf jeden Fall. Da kann man auch etwas Kreditpunkte sparen. Ab dem 2. Dezember werden die Piraten zurückkommen. Wir hatten ja schon mal zwei Piratenschiffe im Spiel, mehr oder weniger. Es waren natürlich auch Premium-Versionen von vorhandenen Schiffen. Das könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass wir dort vielleicht neue Kapitäne oder sowas bekommen. Das ist natürlich auch eine ganz nette Sache. Muss man vielleicht nicht unbedingt haben. Aber weitere Infos werden dazu noch veröffentlicht. Aktuell gibt es nur so ein bisschen hier zum Reinlesen. Dann bekommen wir endlich, endlich mal wieder ein Büroprojekt. Wobei ich sagen muss, mit einem Büroprojekt gebe ich mich eigentlich gar nicht zufrieden. Aber das ist natürlich schön, dass mal wieder ein bisschen Action im Büro ist. Für alle Veteranen, die schon seit Anfang an dabei sind, werden wahrscheinlich die meisten Büroprojekte mittlerweile abgearbeitet sein. Bei mir ist das Büro schon lange leer. Da bekommen wir jetzt endlich nochmal wieder einen legendären Zerstörer. Hat sich glaube ich abgezeichnet, dass dieses Schiff relativ zeitnah ins Spiel kommt. Die Gdansk, diese war ja schon in KI-Gefechten im aktuellen Update in den letzten fünf Wochen zu sehen. Mehr oder weniger die inoffizielle Fortführung der Split, also auch der neuen Linie, bietet sich natürlich an. Und auch hier wird das Ganze natürlich super sein, was die Hauptbewaffnung angeht. Gerade im Kampf gegen feindliche Zerstörer wird man mit diesem Schiff sehr erfolgreich sein. Des Weiteren ist nochmal zu erwähnen, dass das Projekt auf jeden Fall ab dem 18. November kostenlos für alle verfügbar sein wird. Sollte man natürlich mitnehmen. Dann haben wir hier nochmal was Schönes meiner Meinung nach. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, ab dem 2. Dezember mehr oder weniger nochmal alte Sammlungen zu vervollständigen. Dort werden dementsprechend die Sammlungskisten D-Day, Europäische Marinen, Festtagstradition, Kai-Gun und Semper Fortis wieder verfügbar sein. Dementsprechend hat man dort die Chance, wenn man dort noch ein paar Karten benötigt hat, das Ganze vollständig freizuschalten. Ich glaube, eine Sammlung habe ich selber auch noch nicht abgeschlossen. Von daher ist das natürlich eine schöne Sache. Und zwischen dem 2. und 16. Dezember wird es im Shop auch einen kostenlosen Auftrag geben, wo man eine Winter 23 Kiste freischalten kann. Und ein paar Tarnungen gibt es auch. Also so langsam nähern wir uns ja auch Richtung Weihnachten. Weiter geht's auch mit einer richtig geilen Sache. Wir bekommen endlich mal wieder ein neues globales EP-Schiff. Und zwar die Skarlov. Ein russischer Premium-Flugzeugträger auf Stufe 7. Ich bin persönlich kein wirklicher Flugzeugträger-Kapitän. Allerdings finde ich das relativ perfekt, so ein Schiff zum Beispiel als globales EP-Schiff zu bringen. Wäre irgendwie doof gewesen, wenn das zum Beispiel ein Feldzug-Schiff gewesen wäre. Wo man quasi das Schiff bekommt, aber man würde es nicht spielen, weil man kein Flugzeugträger-Kapitän ist. Das ist, glaube ich, immer so ein perfektes Schiff für so Nischenspieler. Aber diese als globale EP-Schiffe anzubieten, um dort einfach die Möglichkeit zu haben, für die Spieler, die sich wirklich dafür zu interessieren, dort über globale Erfahrung an ein cooles Premium-Schiff zu bekommen. Was vielleicht auch ein bisschen besonders ist und nicht jeder Spieler immer spielen wird. Das ist auf jeden Fall eine geile Sache. Und ja, ich werde mir das Schiff natürlich trotzdem zulegen, wenn ich es nicht von Wargaming sowieso bekommen werde. Aber das ist natürlich eine coole Sache. Endlich mal wieder ein globales EP-Schiff. Das ist schon, ja, ich glaube schon über ein Jahr her. Ich weiß gar nicht, was das letzte war. War das die Paolo Emilio oder kam danach noch eins? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euch daran erinnern könnt, was das letzte globale Schiff war. Dann wird es hier noch einen historischen Auftrag zum Gedenken an Pearl Harbor geben. Wird es auf jeden Fall ein paar Belohnungen geben, die man natürlich mitnehmen sollte. Ist natürlich nie verkehrt. Unter anderem gibt es hier auch ein paar Beförderungsbefehle, Tarnungen, aber auch eine Flagge. Wie gesagt, nimmt man natürlich gerne mit. Außerdem bekommen wir wieder was im Keilerei-Modus zu tun. In der 23. Saison wird es auf jeden Fall mal sehr, sehr speziell. Weil bis jetzt war es im Keilerei-Modus immer so, dass man immer gespiegelte Runden hatte. Es haben immer Kreuzer gegen Kreuzer gespielt, Zerstörer gegen Zerstörer, Schlachtschiffe gegen Schlachtschiffe. Diesmal wird das zum allerersten Mal anders sein. Und zwar wird es diesmal eine Saison geben im 3 gegen 3, wo Zerstörer-Teams gegen Schlachtschiff-Teams antreten. Und das kann natürlich mal auf jeden Fall interessant werden. Da ist es natürlich sehr abhängig von der Karte oder den Karten, welche Schiffsklassen dort massiv im Vorteil sind. Speziell wenn die Karten natürlich relativ groß sind, dann ist es natürlich schwierig für die Schlachtschiffe überhaupt mal die Zerstörer aufzuklären. Aber wenn die Karten natürlich relativ klein sind, könnte ich mir vorstellen, dass die Zerstörer dort speziell gegen Schlachtschiffe mit Sekundär und Sonar doch Probleme haben könnten. Außerdem wurden hier auf jeden Fall auch ein paar Sachen verändert, weil wenn man wahrscheinlich die Zerstörer so lassen würde und die Schlachtschiffe, dann würden wahrscheinlich die Zerstörer einfach Vollgas reinfahren, Torpedos reinballern und tschüss. Aber man wird hier auf jeden Fall versuchen, ein bisschen zum Beispiel den Torpedoschaden zu reduzieren. Dann sind die Schlachtschiffe ein bisschen bevorteilt, liegt was die Beschleunigung vorwärts, rückwärts angeht und so weiter und so fort. Also da kann man auf jeden Fall sich drauf freuen. Könnte auf jeden Fall spaßig werden. Als nächstes haben wir hier die zweite Saison vom Flottenpokal, die jetzt verfügbar sein wird. Immer Samstag und Sonntags im Update im 5 gegen 5 Modus und das Ganze wird auf Stufe 6 ausgetragen. Es gibt natürlich auch dieses Mal wieder einige Belohnungen zu verdienen, wie Stahlmarken, Kapitänsgegenstände, Flaggen, Symbole und so weiter und so fort. Und nochmal als Neuerung hier auf jeden Fall, dass auch die Offiziere mittlerweile die Flottengefechte starten können. Das ist natürlich eine coole Sache, weil das ja teilweise zu Problemen kam in der Vergangenheit, dass dort halt nur gewisse, ja eigentlich nur drei Spieler maximal pro Flotte starten konnten. Und wenn diese dann halt mal nicht da sind, dann konnte halt quasi niemand spielen. Das war natürlich doof. Und auch eine weitere Änderung ist, dass es maximal zwei Schlachtschiffe pro Team gibt. Ich glaube vorher war es ein Schlachtschiff pro Team. Ich fand ein Schlachtschiff pro Team eigentlich optimal, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, schauen wir uns natürlich auch an, wie das mit zwei Schlachtschiffen aussieht. Außerdem gibt es jetzt hier die Gamepad-Unterstützung auf Android. Wer sich das genauer durchlesen möchte, kann gerne Pause drücken oder sich in der Videobeschreibung nochmal die Patchnotizen komplett aufrufen. Werde ich da auch im Laufe des Tages reinstellen. Und dann haben wir noch ein paar Balancing-Änderungen. Diese werden wir uns natürlich auch schnell gemeinsam anschauen. Starten wir doch mal direkt mit den Buffs. Die Velos wird hier auf jeden Fall gebufft. Unser Feldzugschiff, was wir vor kurzer Zeit hatten, wird hier etwas verbessert. War wohl nicht ganz so erfolgreich wie erhofft. Dort wird einmal die Torpedoladezeit verbessert, die Ruderstillzeit verbessert. Der HE-Aufprallschaden wird erhöht, sowohl auch der AP. Dann wird die Torpedogeschwindigkeit erhöht und auch die Torpedos bekommen einen besseren Tarnwert. Das ist natürlich eine coole Sache, macht das Schiff vielleicht etwas interessanter. Dann haben wir hier die Caprice, die auf jeden Fall auch gebufft wird. Hier wird einmal die Maximalreichweite der Hop-Batterie gebufft. Der HE-Aufprallschaden wird erhöht, sowohl auch hier der AP-Aufprallschaden und die Ladezeit vom Standard-Torpedowerfer wird auf 80 Sekunden reduziert. Dann haben wir als nächstes die Benson und das ist auf jeden Fall ein cooler Buff. Die Benson wird hier gebufft, was die Torpedostandard-Reichweite angeht, auf 8 Kilometer. Das macht es natürlich dort ein bisschen leichter, dieses Schiff durchzuspielen. Das ist natürlich sehr angenehm. Als nächstes haben wir die Schumpfhuhn, die auch gebufft wird. Die Ladezeit wird verbessert, sowohl der Hop-Batterie als auch der Torpedos. Das ist natürlich auch eine geile Sache. Dann haben wir hier als nächstes die Mahan und das ist so ein Buff. Ja, den kann ich nicht ganz verstehen. Also ich weiß, dass die Mahan vielleicht nicht unbedingt ein Torpedo-Zerstörer ist, aber das Schiff ist auf jeden Fall gut, speziell gegen feindliche Zerstörer. Und definitiv hätte das Schiff keinen Buff meiner Meinung nach nötig gehabt. Ich nehme ihn natürlich hier dankend an. Ist auch nicht verkehrt. Speziell natürlich die erhöhte Torpedo-Reichweite ist sehr interessant für die verbesserten Torpedos. Und die bessere Ladezeit wird die Mahan aber auf jeden Fall immer noch als sehr gutes Schiff dastehen lassen. Natürlich jetzt noch umso besser. Weiter geht's mit der Gokase, die hier etwas genervt wird. Die Ladezeit der Hop-Batterie wird um eine Sekunde verschlechtert. Und auch die Torpedo-Ladezeit wird um 10 Sekunden verschlechtert. Also jeweils hier quasi um 10 Prozent, was die ausgebaute Version angeht. Ja, kann man glaube ich noch verkraften. Aber, ja, ist okay. Dann gibt es hier noch eine Änderung an Kapitänsfertigkeiten. Und zwar Torpedo-Cars. Neuen Bonus hinzugefügt. Und zwar Prozentual Torpedo-Schaden. Was natürlich nett ist. Denn wird hier die Medaille klarer Himmel nochmal wieder ein bisschen abgeändert. Diese wurde ja massiv nach oben gedrückt. Der Anforderung, die man benötigt hat an Flugzeugen, die man abschießen musste. Und zwar 40. Das wurde wieder zurückgerudert auf 30. Weil es war ja wirklich mal ein Zeitraum. Da hat man sehr, sehr schnell Flugzeuge abgeschossen. Das wurde dort ja auch bei den Flugzeugträgern wieder ein bisschen umgeändert. Dass es wieder ein bisschen länger gedauert hat. Dementsprechend war es auf jeden Fall auch notwendig, hier wieder die Flugzeuge für die Medaille zu reduzieren. Und dann gibt es auch eine Startpunktänderung der Flugzeugträger in Standard- und KI-Gefechten. Auf bestimmten Karten. Könnt ihr euch gerne die Karten durchlesen. Finde ich auf jeden Fall gut. Dort starten dann die Flugzeugträger immer im Zentrum. Und meiner Meinung nach könnte das auch wirklich auf jeder Karte so sein. Dass immer der Flugzeugträger quasi in der Mitte startet. So hat man immer so einen festen Anhaltspunkt. Wo der als erstes hinfliegt. Und man kann sich ein bisschen besser darauf vorbereiten. Außerdem gab es ja auch immer speziell in Runden mit Flugzeugträgern immer ein paar unglückliche Startpunkte allgemein auch der anderen Schiffsklassen. Dass zum Beispiel dann mal vier Schiffe auf einer Seite gestartet sind, weil der Flugzeugträger da war. Dafür dann aber nur zwei auf der anderen Seite der Karte. Das war immer blöd. Von daher würde ich das eigentlich immer ganz cool finden. Wenn zum Beispiel der Flugzeugträger im Zentrum immer startet mit zwei weiteren Schiffen. Und dann sowohl drei Schiffe links auf der Flanke und rechts auch drei. Das wäre meiner Meinung nach super, wenn das so funktionieren würde. Aber das geht hier doch schon mal in die richtige Richtung. Weiter geht es hier mit den normalen Patchnotizen. Hier noch eine sehr sehr coole Sache. Wöchentliche Einsätze belohnen jetzt mit Dublonen. Und zwar kriegt man dort jede Woche in diesem Update 150 Dublonen. Das heißt es waren ja vier Wochen. Das heißt 600 Dublonen, die man sich hier über die wöchentliche Einsätze holen kann. Das ist natürlich eine richtig geile Sache. Und dann haben wir hier noch ein paar Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Dort werde ich jetzt auch nicht ganz genau drauf eingehen. Wer sich das durchlesen möchte. Einfach Pause im Video drücken und dann könnt ihr dort euch das Ganze durchlesen. Gibt auf jeden Fall doch einige Sachen, die hier angepasst werden. Aber wie gesagt, da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Und damit haben wir auch schon das Ende des Videos erreicht. Auf jeden Fall doch sehr sehr viele Neuheiten. Man muss halt auch bedenken, das Update ist diesmal eine Woche kürzer. Das heißt, man hat natürlich wirklich viel zu tun in den vier Wochen. Flirtenpokal, Keilerei-Modus. Danach gibt es hier diverse Aufträge, die man durchspielen kann. Neues globales EP-Schiff endlich mal wieder. Dann hat man hier nochmal die Chance, die Sammlungen zu vervollständigen. Endlich auch mal wieder ein neues Büroschiff, wobei ich da persönlich immer noch auf meine Hindenburg warte, wenn ich ehrlich bin. Dann haben wir hier noch Black Friday inklusive Werkbank, die wieder da ist. Also auf jeden Fall einiges, was wir hier erleben können. Und auch wirklich ein super geiles Feldzugschiff meiner Meinung nach. Da freue ich mich persönlich sehr sehr drauf. Schreibt dort auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich doch sehr interessieren. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Abo bei Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Out rein. Ciao, ciao.